Hallo Youtube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge of Quick Survival Games auf meinem Kanal und heute habe ich mal ein kleines Thema dabei und zwar viele fragen mich immer ja Kotti wo ist das und das Texture Pack, kannst du mir nochmal einen Download Link schicken und ja ich bin eher so ein fauler Typ, ich konzentriere mich jetzt gerade PS auch nicht aufs Gameplay sondern eher auch quatschen weil es wichtig ist für euch, ich bin eher so ein fauler Typ und deswegen habe ich mir gedacht, ok hol dir einfach eine gratis Website, verlinkt dort alle Texture Packs und ein paar Infos zu dir als YouTuber vielleicht nochmal, dass da neue Leute, die dich noch nicht kennen auch mal ein bisschen was über dich erfahren und ja diese Website ist jetzt unten verlinkt das wird auch nur so ein kleines Infovideo, wie ihr seht ich lag gerade auch so ein bisschen weil ich gerade ein Video hochlade, ähm, ok, ähm, ja und ich möchte halt noch die Sonne zu Ende spielen Link zur Website ist unten in der Beschreibung, wie gesagt und das werde ich wahrscheinlich verlieren, ja genau, habe ich auch und ja, also schaut mal auf der Website vorbei da sind bisher alle meine Texture Packs verlinkt vom 4000 Abonnenten Special bis zum 100.000 Abonnenten Special oder besser gesagt andersrum, ich wünsche euch viel viel Spaß mit den ganzen Texture Packs, download sie euch, probiert sie aus und ja, bis zum nächsten Mal und tschö, mero und ja, bis zum nächsten Mal und tschö, mero und ja, bis zum nächsten Mal und tschö, mero und ja, bis zum nächsten Mal und tschö, mero und ja, bis zum nächsten Mal und tschö, mero und ja, bis zum nächsten Mal und tschö, mero und ja, bis zum nächsten Mal und tschö, mero und ja, bis zum nächsten Mal und tschö, mero Untertitelung des ZDF, 2020